Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph und heute beschäftige ich mich mit dem Thema, mein USB-Mikrofon ist zu leise. Das gleiche Problem haben viele andere auch unter Windows 8, Windows 10 und auch unter Windows 11. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked doch dieses Video und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert hat, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Das Thema, was wir heute behandeln, das ist ja jetzt nicht ganz neu. Es besteht eigentlich schon so ein bisschen seit Windows 8 und jeder, der mit einem externen USB-Mikrofon wie ich arbeitet, hat sich mit diesem Problem sicherlich schon mal auseinandersetzen können oder sollen oder müssen. Und wie ihr seht, nehme ich ja die Videos hier mit OBS Studio auf und da hatte ich das bis dato so gelöst, dass ich, hier ist mein USB-Mikrofon und dann hatte ich hier einen Filter, der sich Verstärkung nennt, eingefügt. Und dort könnte man den Pegel dann, hatte ich in der Regel so auf plus 17 dB stehen, damit ich einen halbwegs vernünftig lauten Ton habe. Ansonsten müsste ich hier ins Mikrofon schreien, damit man mich überhaupt hört. Gut, was habe ich jetzt neu anders gemacht? Also da ich jetzt neuerdings auch noch andere Sachen aufnehme, außer jetzt hier für diese YouTube Videos, das heißt auch mit anderen Programmen als mit dem OBS Studio und mir diese Murkserei mit diesem je Programm internen Verstärker, das heißt zum Beispiel auch hier in Outer City hatte ich auch Aufnahmen aufgenommen. Und wenn ich jetzt im Moment hier aufnehme, dann habe ich einen halbwegs vernünftigen Pegel, also man sieht ein bisschen was und ohne eine bestimmte Modifikation war hier einfach null. So, jetzt gibt es im Internet natürlich einen Haufen Anleitungen, wie man den Mikrofonpegel unter Windows vergrößert. Das sind dann diese Sachen, wie hier irgendwelche Problembehandlungen zu machen, Audiogeräte verwalten, hier in den Soundeinstellungen bei Aufnahme auf das Mikrofon, Eigenschaften und dann irgendwelche Pegel auf 100. Das haben wir aber auch alle möglichen Leute schon getan und ich auch und das hat keine Verbesserung gebracht. Und ich wollte jetzt auch keinen Wechsel machen auf dem klinkenbasierten Anschluss mit XLR. Da hatte ich wesentlich größere Probleme mit irgendwelchen Rauscheffekten oder eventuell auch Brummgeräuschen, die durch irgendwelche elektrischen Einflüsse entstehen. Da muss man wesentlich mehr aufpassen, dass man einen halbwegs sauberen Ton bekommt. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ein bisschen rumgesucht und die einzige richtig dauerhaft brauchbare Lösung, die ich gefunden habe, ist, einen speziellen Equalizer mir zu installieren, also ein Software Equalizer. Der heißt Equalizer APO 1.3, ist das jetzt aktuell, erkläre ich dann gleich noch. Zu finden ist der auf Sourceforge und ist sozusagen frei, kostet nichts oder so und den kann man dort einfach runterladen. Einfach hier auf Download gehen und nach fünf Sekunden startet der Download. Wenn die Setup-Datei dann gestartet wird, die habe ich jetzt hier, lässt sich ganz normal durchinstallieren. Ganz am Ende geht dann sozusagen dieses Fensterchen auf und dann muss man halt das gewählte oder auch mehrere gewählte Geräte, die auf diesen Equalizer reagieren sollen. Ich habe hier nur mein USB-Mikrofon eingerichtet auswählen. Dann möchte er, wenn man das abschließt, einen Neustart haben. Meistens zumindest. Also bei mir wollte der unbedingt einen Neustart haben. So, wie geht es dann weiter? Dann hat man im Startmenü hier oben einen Konfigurator und ein Konfigurations-Editor. Der Konfigurator, das ist im Prinzip das, was ich gerade gezeigt hatte, also im Prinzip dieses Fensterchen. Und das Interessante ist dann der Konfigurations-Editor. Das ist im Prinzip jetzt diese Applikation. Hier unten diesen mehr, also diesen Graphen und Equalizer, den habe ich hier deaktiviert. Ich habe, man kann den auch hier raus entfernen. Hier kann man auch zusätzliche Filter noch hinzufügen, sogar VST-Plugins, also für die Musiker, um irgendwelche Vocal, Synthesizer oder was auch immer da zu implementieren. Das macht das Ding auch. Ist aber alles uninteressant. Das, was jetzt für dieses Thema interessant war, war hier oben. So, hier sieht man, ich habe hier auf plus 15 dB gestellt. Und hier oben habe ich halt auch eingestellt den Sofort-Modus. Das heißt, die Änderungen, die ich hier mache, die sind sofort spürbar. Um das jetzt mal zu verdeutlichen, können wir das jetzt ganz einfach, also ihr werdet das jetzt auch auf der Aufnahme hören. Und gleichzeitig werden wir das jetzt bei Outer City sehen. Das heißt, ich lösche das mal kurz weg. So, und dann mache ich das alles mal ein bisschen kleiner und hier nehme ich mir den Equalizer. Und jetzt nehme ich hier einfach mal was auf. Das heißt, jetzt rede ich. Jetzt habe ich noch einen vollwegs vernünftigen Pegel und sollte ich jetzt auf die blöde Idee kommen, hier auf 0 dB zu stellen. Jetzt haben wir gesehen, der Ton ist jetzt leiser geworden. Das heißt, hier ist er fast gar nicht mehr zu sehen. Und ihr habt auf der Aufnahme natürlich auch kaum noch was verstanden, was ich gesagt habe. So, stopp. Das, was sehr schön ist, wir können im Prinzip den Equalizer einfach schließen und die Einstellungen bleiben trotzdem bestehen. Das heißt, der ist auch nicht hier unten irgendwo zu finden. Die Einstellungen, die sind dann systemweit und gelten für alle Aufnahme-Applikationen, indem man das Mikrofon verwenden möchte. Das heißt, ich nehme ja einfach mal auf, also ohne dass das Programm auf ist und die Aufnahme ist nach wie vor in Ordnung. Das heißt, man muss auch nicht jedes Mal das öffnen, jedes Mal neu einstellen und schauen, dass der Ton irgendwie passt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Ich wünsche euch einen schönen Rest des Jahres, einen guten Rutsch ins Neue und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, liked es doch bitte und ansonsten ein Abo wäre auch nicht schlecht. Ich wünsche euch was. Euer Christoph. Tschüss. Musik 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 Musik